Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lettendance Workout. Lass uns starten. Okay, wir starten auf beiden Füßen. Hey! Das Wichtigste ist heute, dass du die ganze Zeit in Bewegung bleibst. Einfach locker die Moves mitmachst und dir ordentlich Kalorien verbrennen und ordentlich Spaß haben, okay? Komm, kleines Warm-Up vorweg. Und boom! Hey! Wunderbar! Und hier Side-to-Side. Ja, wir machen heute alle Bewegungen super tänzerisch. Du kannst deinen eigenen Stil reinlegen. Einfach Spaß haben. Das ist das Wichtigste, ja? Wuhu! Yeah! Wuhu! Komm, etwas größer die Arme. Jetzt marschiere. Ganz überall die Hüfte mitnehmen. Den Oberkörper. Ja, einfach alles, was geht. Und dann lass uns starten mit unserer ersten Bewegung. Push! Die Bewegungen sind sehr einfach, heute mitzumachen. Deswegen hast du Zeit und die Möglichkeit, sie richtig groß zu machen. Komm, geh tief. Hep! Jawohl! Und wieder oben. Hep! Push! Nochmal unten. Uh, hier. Jawohl! Und Arm. Kreiß. Puh! Puh! Achtung! Mit Fuß dazu. Jaha! Wechsel die Seite. Yes! Und nochmal. Komm! Only in Bewegung heute hier. Buh! 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 Und Arme. Arme. Vom Schritt dran. Okay. Arme groß. Neben dem Körper. Jawohl! Und lass uns noch ein bisschen tiefer gehen. Hier. Körperspannung. Yes! Wir hauen heute hier richtig rein. Okay. Bleib hier. Große Arme. Und die Hüfte. Hey! Das ist dein Fun-Dance-Workout. Wuh! Und nochmal die Hüfte. Komm! Wuh! Jawohl! Geh ein bisschen tiefer. Geh ein bisschen tiefer. Okay. Füße. Hey! Arm dazu. Und mit einem Kick. Komm! Kick! Kick! Dini, 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 Dini. Okay. Kreisen. Und kreisen. Hey! 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 Okay. Wir gehen tiefer. Komm! Und wechseln die Richtung. Kreisen. Rechts. Yes! Links. Rechts. Wir gehen tiefer. Komm! Uh! Ah! Hey! Noch zwei. Und. Nächste Bewegung. Uh! Komm! Tiefer. Und oben. Das macht Spaß. Und her. Hepp! 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 Und oben. Hepp! Und tief. Juhu! Jetzt kommt der Po. Komm! Schnell! Hepp! Und doppel. Und doppel! Hepp! 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 Und nochmal schnell! Huuu! Jäha! Und kick! Kick! Hepp! Power Workout Können alle mitmachen Die ganze Family Können dieses Workout mitmachen Okay, komm nochmal in den Push Wir pushen unten Bisschen Ausdauer braucht man Das stimmt wohl Und nochmal hier, Push Okay, geh nochmal runter Arm kreifen Achtung, linker Fuß Der Arm kreift weiter Wechsel, andere Seite Hey Und nochmal Hey Nochmal Hey Und neben dem Körper Kreifen Und wieder Mitte Hey Und links Und Mitte Und rechts Bleib in der Mitte Es wird hot Es wird hot Komm mit nach rechts Hey Bisschen mehr Bisschen mehr Da geht noch was Bisschen mehr Da geht noch was Bisschen mehr Mit kick! Heck, 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 heck. Wuhu. Oh. Richtung ändern. Oh, andere Richtung kreisen. Heck. Und nochmal wechseln. Tief geht's. Nochmal Arme wechseln. Und jetzt nehmen den Oberkörper mit. Und tief. Und hoch. Und tief. Wechsel und heck. Yes. Okay, bleib hier. Große Arme neben dem Körper. Hüfte mit. Komm, ein bisschen mehr. Du darfst heute richtig durchdrehen hier. Und sieht ja keiner, oder? Oder? Du darfst du darfst. Du darfst du darfst. Und jetzt schneller, komm. Und wieder, tack, tack. Jetzt. Und wieder schnell. Shake it. Ja, komm. He. Stopp it. Före ihn auf, komm. Hüpp. Oh, zwei, zwei. Und stopp it. Ja. Wechsel die Bewegung. Und zieh. Komm, da geht noch was. Endspurt hier. Hey. Und ganz schnell am Platz. Wuhu. Komm, noch ein bisschen schneller. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja. Cooldown. Stretch. Und rechte Schulter vor. Zurück. Links. Zurück. Und Wirbelsäule runden. Und streck aus. Und nochmal runden. Oh. Füße parallel. Einmal zusammenstellen. Rechten Fuß nach hinten. Wechsel für den Oberschenkel. Und einmal hier vorne anheben, das Bein. Knie zum Bauch nachherziehen. Andere Seite. Und links zurück. Kann gar nicht mehr aufhören, ne? Sich zu bewegen. Wenn es so ist, dann kannst du ja gleich das nächste Workout anmachen. Und weitermachen. Genau. Und dann hier einmal Knie zum Bauchnabel. Wuhu, das hat Spaß gemacht. Und absetzen. Einmal nochmal alles auslockern, ausschicken. Sehr gut. Ich hoffe, das Workout hat dir gefallen. Wenn es so ist, schreib es mir in die Kommentare. Und abonniere meinen Channel, um kein neues Workout mehr zu verpassen. Tschüss, deine Anna.